Denn die allererste Weihnacht hat gross und klein ein Geschenk gemacht. Was alle überrascht, denn der Grund zur Freude und Friedenheit hat Gott für uns in die Krippe gelegt. Ja, die Weihnacht in die Krippe gelegt. Eines Tages lief ich nach einem Meeting dort durch St. Gallen und habe mir überlegt, wie war die allererste Weihnacht? Das war noch nicht ein grosser Prunk, noch nicht ein grosses Trin und Trat, sondern die Weihnacht war nie eine grosse Geschichte, wie wir es heute gemacht haben, sondern etwas ganz Einfaches, was aber ganz viel Bedeutung hatte. Und mit diesem Song wollte ich auf das hinweisen. Denn die allererste Weihnacht hat gross und klein ein Geschenk gemacht. Was soll ich überrascht, denn der Grund zur Freude und wieder eet.